Hallo Freunde der Nacht, heute möchte ich zuerst einmal erzählen, was mir in letzter Zeit so alles passiert ist, Fickschnitzel. Naja also da wäre als erstes mein, ungewolltes, Treffen mit Simon Desue. Oh, hallo meine Süße, wer bist du denn? Haha. Willst du vielleicht 1000 Euro gewinnen? Muhahaha. Wie, was? Ahahahahaha. Dann wäre da noch mein kleiner, wirklich sehr kleiner Unfall. Ich kann Motorrad fahren, Not. Naja man kann ja nicht immer Glück haben, ahahah. Aber das Lustige daran war, dass ich die Schmerzen schon vorm Aufprall spüren konnte. Okay, das ist traurig und nicht lustig. Aber lustig war's gestern Abend, guck doch selbst, Muschi. Ich kann ohne Feuerzeug Feuer machen. Sich brennt nicht Salz in einer frischen Wunde, brennt aber sie nicht. Sie ist wohl münde. Oh stimmt, ich hatte ja noch einen Unfall. Ich gehe spazieren. Aua. Aua. Okay, das war's jetzt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, de. Hi Leute, was geht? Simon Desue hier. Ich mache jetzt ein neues Gewinnspiel und verarsche euch nochmal, aber ist ja egal. Schlampe. Okay. Manche. Ja.